Daniel Farke musste Borussia Mönchengladbach nach nur einem Jahr verlassen. Zum Abschied erhielt er eine Millionenentschädigung. Hallo Petros, herzlich willkommen. Möchten Sie mehr über Daniel Farkes kontroverse Trennung von Borussia und die riesige Summe, die er erhalten hat, erfahren? Dann abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen und bleiben Sie über alle Neuigkeiten von Borussia informiert. Laut Sportbild hatte Daniel Farke eine spezielle Notfallklausel in seinem Vertrag mit der Fohlenelf. Diese besagte, dass seine Anstellung sofort beendet würde, sobald er seinen Posten als Trainer aufgeben müsste. Dadurch vermied Borussia automatisch, dass Farke im schlimmsten Fall bis zum Vertragsende 2025 weiterhin bezahlt werden müsste. Als Folge der Vertragsauflösung hatte Farke Anspruch auf etwa die Hälfte seines ausstehenden Gehalts. In diesem Fall etwa zwei Millionen Euro, die er bereits als Entschädigung erhalten hat. Ob die Notfallklausel für Borussia wirklich nützlich war, wird die Zeit zeigen. Farke wurde bereits mit neuen Vereinen wie Leeds United und Celtic Glasgow in Verbindung gebracht. Wenn Farke diesen Sommer einen neuen Job bei einem anderen Verein gefunden hätte, hätte er sich mit Gladbach in Verbindung setzen müssen, um den Vertrag aufzulösen. Dadurch hätten die Fohlen eine Entschädigung vermeiden können. Meiner Meinung nach ist die Geschäftsführung von Borussia nicht in der Lage, Geschäfte zu tätigen, da sie nicht in der Lage sind, Situationen richtig zu planen und vorherzusehen. Viele Spieler gehen kostenlos und verursachen einen erheblichen Verlust. Es mangelt an Organisation und Strategie. Was denkt ihr, Petros? Hinterlasst eure Kommentare. Eine Umarmung. Höchstruisen. ULL, Untertitelung des ZDF, 2020